Läuft bei dir, Bruder. Läuft bei dir, Bruder. Bist du satt? Niemals guck, was aus YouTube wird, Bruder. Nur noch Biter, nur noch Faker, nur noch Krücken im Business. Es wird Zeit für was? Wieder die Szene zu wickeln. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem Realtalk-Video. Ja, Freunde, Erne und ich haben uns heute zusammengesetzt, denn wir haben in den letzten Tagen und auch Wochen eigentlich schon viel überlegt. Und ja, wir sind sehr unzufrieden, wie es momentan läuft. Das merken wir auch an eurem Feedback. Also wir lesen natürlich auch alle Kommentare und wir merken daher, dass ihr auch nicht ganz so zufrieden seid. Und wir wollen es auf jeden Fall ändern und dass alles so wird wie früher. Wir wollen natürlich zufrieden sein. Ihr sollt zufrieden sein. Wir als Community, als Auferille-Army sollen zufrieden sein. Und deshalb wollen wir natürlich auch ein Ziel haben. Wir wollen bis zu Gamescom die eine Million erreichen. Das ist unser Anstreben. Wir wollen wirklich wieder durchziehen, gemeinsam mit euch. Und damit wir das schaffen, werden wir wie früher jeden Tag ab sofort ein Video rausbringen. Wir werden dabei auf eure Wünsche eingehen, dass wir Videos wieder zusammen machen. Dass wir jeden Tag ein Video bringen, dass nicht nur mehr Quantität kommt, sondern dass auch die Qualität steigt. Ich werde auf jeden Fall auch einmal am Wochenende die Weekend League livestreamen. Ich habe ja davor auf Twitch gestreamt. Jetzt werde ich das Ganze auf YouTube machen, damit alles wieder aktiver wird auf diesem Kanal. Und wenn Events anstehen, wie zum Beispiel jetzt das Lunapack Opening oder Team of the Year, werden wir auch zusammen streamen. Oder zu anderen Anlisten auf jeden Fall auch. Ich habe ja jetzt auch vor ein paar Tagen Let's Kill gebracht. Das kam mega bei euch an. Das sind ja auch so Serien, die ihr damals krass gefeiert habt. Und die werden wir natürlich wieder zurück ins Licht rufen. Genau. Und wir werden auf jeden Fall auch noch Fußball-Challenges drehen. Wir können aber auch gerne von euch noch irgendwelche Wünsche in die Kommentare geschrieben bekommen. Also wenn ihr euch irgendwas auf der Seele brennt, was ihr wieder sehen wollt, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare rein. Und ja, das ist auf jeden Fall unser Anliegen an euch. Wir wollten euch jetzt mitteilen, dass wir wieder jeden Tag Videos bringen. Dass wir zusammen gemeinsam an einen Schrank ziehen werden. Dass wir bis zur Gamescom hoffentlich die eine Million knacken werden. Das ist auf jeden Fall unser Anstreben, unser Ziel, dass wir wieder zusammen zu dritt, zu viert, zu fünft, zu 900 Millionen, 1000 Gas geben. Ihr müsst aber auch Gas geben, Leute. Eure Daumen sind wichtig, eure Kommentare. Das unterstützt uns natürlich auch, motiviert uns. Und gemeinsam kriegen wir das alles auf jeden Fall hin. Und da viele von euch ja immer wissen, ja, die Jungs labern viel, aber im Endeffekt, ob sich da was ändert. Ähm, deswegen wird es ab morgen losgehen. Wir werden ab morgen jeden Tag ein Video rausbringen. Morgen wird ein Video von uns zusammen kommen. Da werden sich auf jeden Fall, ich hoffe alle von euch drauf freuen. Es wird auf jeden Fall ein geiles Video werden. Und ja, Daumen nach oben dalassen. Wir werden jetzt alle zusammen Gas geben, den Kanal dahin bringen, wo er auch hingehört. Oh ja, da würde ich sagen, wartet ab zu weit von dem Reetalk. Wir sind raus, Freunde. Wir ziehen wieder durch. Haut rein und ciao. Läuft bei dir, Bruder. Läuft bei dir, Bruder. Bist du satt? Ey, bist du satt? Ja, Spaghetti war gut. Ich kann das nicht an. Läuft bei dir, Bruder. Genau, das wird läuft bei dir, Bruder. Läuft bei dir, Bruder. Läuft bei dir, Bruder. Läuft bei dir, Bruder. Jetzt hast du sogar lach. Ja, sollen wir komplett ernst bleiben? Ich weiß nicht, aber jetzt auf einmal bin ich immer ernst und überlachte. Läuft bei dir, Bruder. Läuft bei dir. Das ist auch so ernst gekommen. Guckt er mich voll an, ey. Läuft bei dir, Bruder. Läuft bei dir, Bruder. Was hast du Lust? Läuft bei dir, Bruder. Läuft bei dir, Bruder. Bist du satt? Das ist mein Part. Ach nein, doch. Du musst sagen. Du musst sagen, bist du satt. Hab ich doch. Es wird Zeit. Für was? Wieder ein paar Mütter zu f***en.